Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, wo wir auf dem Weg nach Hause sind. Ich frag mich, warum die Steine denn dann hier sind, wenn hier nicht irgendwo auch irgendwelche Schätze sind, weißt du? So ein richtiger Tempel oder so. Vielleicht soll das war bestimmt mal einer. Guck mal, der ist uns halt kaputt. Ich warte ja auch drauf, dass ich irgendwie eine Bombe ausbuddel oder so. Und plötzlich bumm. Also C4, keine Ahnung. Mit einem Schalter drauf. Das ist so ein spezieller Block. Das ist so ein spezieller Block, wo diese Ding... Nee, ist einfach nur Erde. Ist einfach nur Erde und ich glaub, das Biom verändert dann die Oberfläche, ne? Ich hätte gerne so hübsche Laubdinge. Ja, die sehen wirklich cool aus. Also ich weiß zwar jetzt, wo wir sind, aber ich weiß trotzdem noch nicht so genau, wo wir langen müssen. Vielleicht hier einfach geradeaus. Bist du hinter mir? Nee. Oh Gott, jetzt hab ich dich schon wieder verloren. Warte, ich guck mich kurz... Da müssen wir nicht lang. Warum seh ich deinen Namen jetzt nicht allein? Boah, hier sind aber viele von den Dingern. Ich glaub, das lohnt sich nicht, das jetzt alles aufzusammeln, oder? Hier ist Sand. Wir können dann ja auch irgendwann... ...das aberrnten, was wir schon haben. Ich hab mal was in meiner Höhle und dann welche Craft. Genau. Die Lianen reichen ja auch, ne? Genau. Einfach Lianen züchten und dann... ...Hochstuhl. Ist ja nicht mehr so wie früher, dass man die nur in Dungeons findet. Damals. Damals, als wir noch jung waren. Die sind ja auf jeden Fall falsch. Da bin ich mir relativ sicher. Also ich muss mich daran erinnern. Vielleicht in... ...den spielen wir hier um den Baum rumlaufen. Vielleicht in... ...die... Alter, guck dir mal an, da sind so zwei Kreuze. Ja, stimmt. So hintereinander. Vielleicht in hier die Richtung? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade einfach nur so... ...lass uns irgendwo lang laufen. Aber das sieht cool aus mit dem Laub hier. Das ist wirklich richtig cool. So ein Biom war ich noch nie. Wo bist du hin? Da vorne ist ein schwarzer Hase. Hier, hier, hier. Ja, ich seh dich, ich seh dich. Aber auch so viele große. Das erinnert mich echt an so einen Nadelwald irgendwie. Oh, ich sollte was essen. Auch gleich. Aber ich hab nicht mehr so viel. Ich hab noch... ...22 jetzt. Nein, wir sind hier... Wir sind gefalscht. Wir sind einfach komplett falsch. Hier ist wieder eine Spalte. Ach Gott. Da hinten ist Schnee. Ich glaube, wir müssen über den Fluss hier. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Welcher Fluss? Warte, wo bist du denn jetzt? Oh Gott, nein. Ich darf dich nicht verlieren. Äh, andersrum hinten. Hinten, hinter dem? Ah, da. Danke. Ich kann nicht mehr spüren. Warte, ich muss mal. Ich hab noch einen Keks. War ein Brot für mich? Hat er Brot? Ja, ich hab Brot. Willst du dir ein bisschen Schinken draufpacken? Das fehlt noch. Warum nehm ich das nicht auch? Was weiß ich nicht? Fleisch mit Brot kombinieren und dann irgendwie Burger oder sowas. Sehr witzig. Jetzt regnet's auch noch. Oh, eh mal. Es regnet, eh mal. Fehlt uns, dass wir mit einem Flugzeug auf einer Insel stranden. Ja, ich weiß nicht, dass wir mit einem Flugzeug auf einer Insel stranden, aber ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, wo wir langen müssen. Das ist traurig. Ich glaube, wir müssen hier schwimmen. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Ich bin mit Steffi unterwegs auf jeden Fall irgendwann mal geschwommen. Das war im Fichtenwald, ne? Aus der Richtung sind wir aber mal nicht gekommen, wo du jetzt gerade hinschwimmst. Oder? Ich hab gerade komplette Orientierung verloren. Doch, Kiki. Ob nicht. Aber wir sind danach nicht noch gleich mal geschwimmen. Wir sind hier lang gegangen, weil wir keinen Bock mehr aufschwimmen hatten. Lass uns mal die Folge jetzt live an... Äh, was heißt live? Vorsicht, Mini-Zombie hinter dir. Hier sind Fackeln, hier sind Fackeln. Baby-Zombie hinter dir. Ich wollte den Fackeln. Und noch mehr Zom... Ah, noch mehr Viecher. Aber hier sind Fackeln. Könnte es hier sein, wo wir auf Steffi gewartet haben damals? Nein, nein. Aber warum sind hier so viele Fackeln? Hier sind richtig viele Fackeln. Das haben wir... So viel haben wir, meine ich, nicht ausgeleuchtet, als wir auf Steffi gewartet haben, oder? Nee, als... Wo wir auf Steffi gewartet haben, war auch noch ein... Da war sie. Ach, genau. Nein, was ist passiert? Stimmt, damit haben wir uns immer orientiert. Dann müsst ihr hier gewesen sein. Was habt ihr gemacht, nachdem ihr hier gewesen seid? Jetzt gerade irgendwas... Kundi-Fackeln gehen hier lang. Aber... Hä? Wenn Blitz einschlägt, macht das so ein... Creeper-Explosionsgeräusch? Also vorhin meinte Nick, neben ihm ist auch ein Ding eingeschlagen, und da sagt er zuerst, will es ein Creeper explodieren? Also... Bestimmt, weil es gewittert hier gerade, aber... Also ich hatte den Creeper vor der Tür gerade stehen, aber ich finde, von dem geflüchtet. Seid ihr bei, ähm... Kürbissen vorbeigelaufen? Wir sind ständig an Kürbissen vorbeigelaufen. Ballkürbissen. Bist noch bei mir, ja? Ja. Da hast du ne Schneebergkette schon wieder. Da ist ein Skelett rechts. Und ein Creeper. Und ne Spinne. Oh, nimm auch. Reisetagebuch. Oh, mein... Jetzt schon wieder was zum... zum Schwimmen. Nur wieder mir, ja. Ja, ja. Seid ihr nochmal geschwommen irgendwann? Ich weiß es nie. Lass einfach hier lang gehen. An diesen einen Dings konnte ich mich noch erinnern, dass wir da... Also wir sind hier ein bisschen falsch, zumindest, weil an den Berg, da kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht müssen wir übrigens laufen. Oh, zwei Creeper. Oh, Mann. Äh, Hundis... Ist das immer... Ne, das war... Ja, Steffi hätte sich bei unserer letzten U-Tour einen Hund geholt. Weiß ich nicht. Das klingt wie eine Krankheit. Er hat sich einen Hund geholt. Bist du hin? Äh, warte. Über den Berg? Ich seh dich, ich seh deinen Namen. Ich seh deinen aber nicht. Ah, da. Hab ich Knochen? Nö, schade. Oh, mir nicht die Tür haupte mal rein. Ich hab eh schon einen. Oh, guck mal, ein Kakaoschaf. Und ein Baby, äh, Kaninchen. Weiß grad nicht, ob wir hier lang... Ich bin vollkommen auf. Schon wieder im Fichtenwald. Okay, das ist traurig. Das ist echt traurig. Das ist creepy. Enderman. Das ist ein Enderman? Und ein Creeper. Apropos creepy. Wo bist du lang? Links? Komm hier. Unten. Gott, ich hab keinen Plan. Ich, ich, ich würd das jetzt gerade gerne auf ner Karte sehen, wie weit wir falsch sind. Einfach, das würd ich... Du wirst du mich gerade, oder? Nee, ich guck grad einfach mal so, wie wir die Lage auschecken. Steffi, gibt's da so irgendwie was, was du bei Nitralo gucken könntest? So ne Map mäßig? Deswegen? Ja, nee, ich will einfach nur wissen, wie weit wir, wie weit wir verschäumen sind. Nee, also das kann man machen, aber das ist nur Arbeit. Okay. Dazu muss man, glaub ich, so Krams machen. Okay. Sie ist wahrscheinlich nicht viel mehr von da oben, ne? Ich erweitere mal ganz kurz meine Chance. 19 auf. Ich hab'n Creeper vor der Tür. Ich hab' sogar drei Creeper vor der Tür. Aber ich seh' nicht berauschend mehr, wo... Also hinter uns ist ein riesen Berg. Warum hat der... ...hat der Zombie Karotten gedroppt? Eine Karotte. Das machen die manchmal. Oh mein Gott. Das sind vier Creeper. Das sponnt immer mehr Zeug. Dahinten ist der Enderman, Zombie. Ja, ich komm wieder. Noch einer. Also wenn du mich fragst, sie sind verloren. So nach... Soll' wir nach Koordinaten gucken? Erstmal muss ich was essen und dann muss ich überleben. Headshot. Oh, da kommen mehr. Oh, das ist echt wie in diesem... ...Zombiefilm. Tötest einen, kommen immer mehr. Selbst mit nem Bogen kommen sie. Weil normalerweise ist... Ja, anders. Rum. Ähm. Buh! Schusswaffen für Minecraft, das wär's doch. Wolland gehen wir denn jetzt? Keine Ahnung, ne? Also... Vorsicht, da vorne sind Enderman und Creeper und Kühe. Die Kühe sind am gefährlichsten. Cool. Cool. Hilfe, Kuhs. Hilfe, Kuhs. Hinter uns, Skelett. Oh, du Penner, nerv' mich so. Ich würd' den Pfeil haben. Wir sind aufgeworfen, aufgeschmissen. Aber ihr müsst ja mal nicht hier gewesen sein, weil wie gesagt, da vorne, ne? Ich bin mir grad nicht sicher. Wann fucken? Ich glaub' wir müssen irgendwo hier, glaub' ich zumindest, ich weiß, dass wir so ne... ... von so nem Fichtenwald in so nem Fichtenwald... ...kommen... ...sind... ...und dann sind wir irgendwie gelaufen. Ich weiß halt nur nicht, inwieweit wir geradeaus oder mit ner Schriegung nach links oder rechts, oder... Der Mensch tendiert ja immer... Wir waren auf jeden Fall total hier! Wir sind richtig falsch! Ach du Scheiße! Also das ist nicht der einzige Fichtenwald, durch den wir gegangen sind? Boah, hinter uns! Ja, lauf! Ja! Lauf und guck nicht zurück! Okay, wir sind hier am Meer, das ist irgendwie falsch! Hahahaha! Ist das los! Ich war auch schon mal irgendwann am Meer, und da war Sand! Geh weg, Herr Skelett, lass uns los! Na, warte, ich komm grad nicht mit, äh... Ja, ich warte hier bei den Kühen, ich verstecke mich, als eine unter ihnen! Huuuuh! Ich bin total nichts, dass man angreifen muss! Möööö! Mööö! Ich hab grad die Nase, ich müsste mal jetzt kurz gegen Unternehmen suchen! Frag ich mich sowieso, warum greifen die Untoten... Oh! Hilfe! Gehst du mir? Hast du... Ich wollte dir eigentlich helfen! So! Ich frag mich, warum die Untoten keine Kühe und so angreifen! Auch generell... In Zombiefilmen sieht man ja immer so, keine Ahnung, wie Pferde aufgerissen sind und so am Straßenrand und Kühe und sonst so Tiere, weißt du? Aber hier irgendwie überhaupt gar nicht! Und wo bist du jetzt langgelaufen? Ich glaub, ich laufe einfach rechts parallel... Links... 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 Rechts wär Wasser gewesen, dass solche Pläne sind! Mann, in diesem Fall ist das Play, merkt man voll meine Links- und Rechts-Schwäche! Ach egal! Bist du auch nur ein Mensch! Mensch? Mensch! Mensch! Keine Ahnung, wo wir sind! Wir sind Rosen! Oh! Jetzt hab ich dich schon wieder verloren! Warte, wo bist du hin? Warte, ich lege dich... Warte, ich lege dich... Okay... Ich glaub, wir müssen echt mit Koordinaten arbeiten, wir finden sonst nie wieder zurück! Ja... Zumindest um eine Richtung zu wissen! Welche habt ihr denn? Äh, warte, bleib grad stehen... Ähm... 2622... Und... Z... 243... Ähm... Kleiner wird's in diese Richtung hier! Und die... Z... 862... Mann, aber gar nicht so fett fertig! Ja, hier die Richtung! Hier wird alle... Hier werden beide Zahlen größer! Da lang, wo... Der Mond, glaub ich... Ne... Wo der Mond untergeht... Und die... Sonne untergeht! Wo alles untergeht! Inklusive... unserer... unserer Orientierung! Oder geht die Sonne grad auf? Ich seh das grad schlecht! Ist das der Mond oder die Sonne? Ne, das ist die Sonne! Wir müssen hier lang! Die Angabe reicht mir hier lang! Hilfe! Oh, ich bin auch gefallen! Genau in dem Moment, wo du Hilfe gesagt hast! Wo bist'n du? Ah, da vorn mir, warte! Bist du hinter mir gefallen? Ne, ich bin einfach ein bisschen neben dir gefallen! Ist doch voll nett! Ich wette, wir landen gleich wieder da, wo wir eben waren, nur dass wir in die falsche Richtung gelaufen sind! Ja, das denke ich auch! Obwohl, an sich sind wir eigentlich in alle Richtungen mal gelaufen! Ja, nur halt nicht weit genug und... Ja! Ja, das erinnere ich mich noch, wie wir verschworen! Wir waren hier! Und wir sind genau in die andere... Ja, genau! Wir sind genau in die andere Richtung! Laufen einfach ein... Hier von dem hab ich... Hier hab ich auch gesagt... Guck mal! Wir rennen grad wieder die ganze Zeit, ne? Eigentlich schlecht, aber... Dann sind wir schneller zu Hause! Ich wollt grad sagen! Ich bin zu Hause! Ups! Ähm... Ja! Absolut! Wir müssen aber gleichzeitig auch ein bisschen weiter links, wenn sie sagt 800! Okay! Also wir müssen Richtung... Sonnenaufgang... Und... Und auch gleichzeitig noch ein bisschen nach links, weil... Dann... Wo bist du hin? Verdammt! Ich hab so sehr auf die Koordinaten geguckt, dass ich dich verloren hab! Berg hochgelaufen! Warte auf den Berg! Warte auf den Berg! Also genau in die falsche Richtung! Wir müssen nach links, ne? Hast du erst gesagt, als ich schon dabei war, den Berg hochzulaufen? Ich weiß! Also hier so schräg rüber einfach, irgendwie! Vorsicht, hier geht's runter! Ist doch gut! Wir wollen doch nach unten! Ja! Nicht wenn's zu steil nach unten geht! Plups! So! 800 war bei dir... Äh... Z, ne? 855... So in dem Dreh, ja! Da hat sie immer noch einiges drauf, oder... Rechnen, beziehungsweise abziehen, weil ja... Ne? Jaja, aber wir sind gerade erst bei 300, deshalb müssen wir noch ein ganzes Stück... Aua! Oh, da warst du ja gar nicht so falsch mit, dass ihr hier in dem Wald wart! Ja, aber das war auch richtig! Ich weiß ja bloß nicht, wie richtig ihr da gelaufen seid, aber... Erst in die richtige und dann in die falsche, glaub ich! Warte, was war denn da pinkes da unten? Oh, guck mal, ein Bupi-Rosa-Schaf! Ja, wir sind richtig! Wow, nein! Und es part sich gerade mit einem weißen! Ah, jetzt nicht mehr, jetzt stehen sie nicht mehr hintereinander! Oh, oh, die hängen doch voll fest! Oh, die Arme! Oh, die sehen voll cute aus! Seid voll cute! Cutey-Ton! Uh-huh! Okay, 4... Koordinate 400! Also nochmal das Doppelte in die Richtung! Ich bin auch mal cool und mach meine Koordinaten auf! Ja, ich mach die auf und wieder zu! Oh, du! Aber ich sehe jetzt mal den Sinn dahinter! Wow! Was ist die Hölle? Bist du noch hinter mir? Ich bin doch jetzt wieder! Yo! Kann ich jetzt drinnen? Warte mal! Ja, ich esse auch mal was! Oh, 6 Brote noch! Und das bisschen Fleisch, was du halt hast! Notfalls den Ofen brauchen! Oh, ein Keks! Ja, die Kekse bringen aber auch nicht so viel! Das ist das Problem, ne? Aber ich muss trotzdem essen, weil ich hab Herzen verloren! Voll heilen! Aber ich will auch sprinten, oder? Das ist kacke! Egal, ich will wieder Survival! Warte! 300! Ui! Weißt du, ich bin grad gesprungen und dann bin ich runtergekommen! Guck mal! Guck mal! Ich hab doch gesagt, wir sind durch so einen kleinen Fitzel geschwommen! Hach! Sind wir auch! Nur... Falscher Zipfel! Die wir eben das erste Mal geschwommen sind! Wo, 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 wo bist du? Oh, warte! Hier, hier, hier! Guck nach rechts! Ja, jetzt nach links! Ja! Wow! Gut, dass ich rechts gesagt hab, weil in dem Moment war ich dann plötzlich links! War da! Hier waren wir eben! Glaube ich, oder? Das sieht so aus, als ob wir hier eben schon mal waren! Ups! Ich hing die ganze Zeit an der Kante fest! Ich hing auch halt an irgendwas... ...unerklärlicher fest! Und da hinten ist nochmal ein Fichtenwald! Und wir sind schon bei 600 und... ...1700! Wie viel hattest du, Steffi? Ja, 1600, 1500 in dem Ring! Okay, dann lass da, wenn wir deine... Ich glaub, wir sind gleich da! Warte Gott, ich hab was auf dem Monitor! Und gerade halt... Weißt du, ich sag, ich hab was auf dem Monitor! Wisch da... Während ich das wegmache... ...steh ich genau im Gras drin, dass ich so einen... ...geraden, dünnen Streifen am Monitor! Und ich denk mir so... ...hör, was ist denn jetzt los? Alles kaputt gemacht! Ja, natürlich! Monitor geschrottet! Okay, ich glaub, jetzt müssten wir nur noch rechts gehen! Wir müssten ungefähr bei 800 sein! Also hier langweilig! Das sieht auch schon fast aus wie zu Hause, oder? Wo bist du? Hier, äh... Verdammt! Geh den Hügel hoch! Bleib mal stehen, wo du bist! Nicht? Nicht laufen, nicht laufen! Oh, nun seh ich den! Toll, jetzt haben wir uns noch kurz vorher verlo- Da! Da bist du! Da! Wie bist du so weit nach rechts gekommen? Du hast gesagt, wir müssen nur noch hier lang laufen! Ich war gerade dabei, nach rechts zu laufen! Ah, ach Gott! Dann dachte ich ja gut! Häng dich schon wieder irgendwo fest, wo es nichts zu fest hingibt! Ja! Wir müssten fast da sein! Sieht mir sehr bekannt aus! Ja, alles schon wieder... ...homst und so! Sag mal, wie du... ...mich verloren hast! Da hinten! Unser Haus! Ja, ich hab's auch noch mal kurz gewählen, als ich hochgesprungen und gefallen hab! Juhu, wir haben's geschafft! Juhu! We are... Jetzt hier, äh... Wie... äh... Wie heißt das Lied überhaupt? We are the Champions, oder? Keine Ahnung, das Lied! Das Lied! Du weißt, was ich meine, oder? Wenn du We are the Champions meinst, weiß ich was meinst! Ja, heißt das Lied auch so, oder ist das einfach nur der Refrain? Und keine Ahnung, was heißt das Lied? Nein, heißt das Lied auch so! Das heißt auch so, cool! Huh? Ich bin ja gerade schon wieder vom Hasen gefressen! Da sind wir lila glitzernden Menschen wieder zurück! Was seid ihr denn? Am Haus! An welchem? Unser Haupthaus! Ah, okay! Essen machen! Ach, guck mal! Kartoffeln! Ist ihr was mitgebracht? Gold, Eisen und einen Diamanten! Habt ihr auch Kies? Kies hatte ich ein bisschen, aber dann musste ich es wegwerfen! Oh, ich brauch Kies! Hättest du das mal vorher gesagt! Hallo! Hi, Na! Hallo! Hallo! Party! Ach, wir hatten ja noch drei Diamanten! Sind wir vier! So! Obsidian hieß es übrigens! Ja, hab ich doch gesagt! Oh ne, kannst du irgendwo... Vor der Reise... ...gemacht hattest und wir nicht mitgenommen haben, schlauerweise! Ja, kannst du... ...kies überhalten! Jut! Oder wohin packen! Oh ja, ich hab so viel Kohle eingesammelt! Ach! Ich musste einmal kurz gähnen! Ja, musste ich eben auch! Achso, wir sind bei 22 Minuten! Oh, gut, dann lass ich das sein und mach das erst nachher! Und, äh... Ja, wir Helden haben zurückgeschafft und... Danke fürs Zuschauen! Bis zur nächsten Folge! Minecraft! Yo, tschüss! Tschüss!